Hallo und herzlich willkommen, liebe Aktienfreunde, back to the Bestseller Challenge. Kein ganz einfaches Format, wir beschäftigen uns hier nämlich mit der Realität und die sieht nicht immer ganz freudig aus. Die Realität in den deutschen Depots, die hier entsprechend so aussieht, dass die Aktien, die am häufigsten in den deutschen Depots anzutreffen sind, nicht unbedingt die erfolgversprechendsten Aktien sind. Und das nehmen wir als Ausgangspunkt und schauen, was man vielleicht besser machen kann. Das heißt, wir gucken immer, arbeiten uns hier durch die Liste momentan von oben nach unten durch und sind immer noch bei der zweiten Aktie. Denn wir sind also jetzt im Automobilbereich, Daimler AG, sehr beliebtes Investment, also jedenfalls sehr häufig anzutreffen. Und wir haben die Autobauer analysiert, das siehst du dann hier. Allerdings sind die Autobauer Aktien nicht auf Gegenliebe gestoßen bei euch. Ihr habt euch doch dann mit über zwei Drittel mehr entschieden, keine Aktie aufzunehmen. Dann habe ich gedacht, okay, wenn die Autobauer nicht auf Liebe stoßen oder auf Gegenliebe, dann probieren wir es doch mal, ob wir einen Zulieferer finden. In der Automobilindustrie und da habe ich hier ein bisschen flapsig, ich hasse Autos geschrieben, als Alternative für keine Aktien. Und auch hier weder Dürr noch Bridgestone als Autozulieferer sind auf Bedeisterung gestoßen. Das heißt, wieder nichts gewesen. Und ich wäre ja fast verzweifelt, aber unser Sponsor, die Consorzbank, kommen wir gleich noch drauf, die hat neue Aktien spartplanfähig gemacht, darunter auch Sixt. Und Sixt ist ja auch in der Automobilbranche tätig, jetzt hier als Dienstleister allerdings. Das heißt, wir hangeln uns jetzt nach wie vor durch die Autobranche durch. Autobauer haben wir abgehakt, war nichts. Zulieferer haben wir auch abgehakt, war auch nichts. Und jetzt holen wir uns noch einen Dienstleister und ich habe da berechtigte Hoffnung, dass der doch auf Gegenliebe stößt, weil ich in der Facebook-Gruppe Aktienfinder Community die ganzen sparplanfähigen Aktien mal zur Abstimmung gegeben habe, welche dieser Aktien für euch sparplanfähig wäre. Und da schnitt Sixt ganz gut ab. Das heißt, wir gucken uns jetzt Sixt im Detail an, fundamental. Und wir machen dann am Ende nochmal eine Abstimmung. Da würde ich vorschlagen, zur Auswahl würde dann Dürr, Sixt und Wider keine Aktie oder ich hasse Autos stehen. Und das ist dann aber der letzte Versuch, das wäre dann der dritte und letzte Versuch, irgendwas in der Automobilbranche zu finden für euch. Ansonsten würde man einfach weitergehen. Was käme denn als nächstes? Lass mich mal spiegeln. Oh je, die deutsche Bank, es wird nicht besser. Gut, also wie gesagt, dieses Format ist eine Herausforderung, aber ich denke, es ist eine Herausforderung, die sich lohnt, weil zunächst mal hier die Liste von der Konsorsbank. Man lernt ja aus seinen Fehlern und wir gehen ja wie gesagt hier komplett durch und ich hoffe, es wird ein gewisses Learning da sein, was man besser machen kann. Und dann gibt es hier noch etwas von der Postbank, die haben eine Studie gemacht zum Anlegerverhalten. Und ja, unter dem Stichwort Sparillusionen, da möchte ich eigentlich nur zeigen, dass da noch einiges zu tun ist hier. Ja, sparfreudig sind sie ja allgemein die Deutschen. Sparfreudig ist auch die relativ junge Generation, der 16- bis 29-Jährigen. Und wo haben sie ihr Geld liegen? Zwei Drittel auf dem Girokonto. Die Hälfte nimmt nur das Sparbuch hinzu. Und ungefähr ein Drittel bringt sein Geld nicht mehr mehr auf die Bank, weil es auch ein bisschen verständlich ist, weil es gibt ja keine Zinsen mehr heutzutage. Das ist das eine, also da ist noch etwas Optimierungsbedarf, was die Renditeerwartung betrifft. Stichwort Renditeerwartung. Die haben dann die jungen Sparer auch gefragt, was sie denn glauben, was so ihre jährliche Rendite wäre. Und die jungen Leute, die da ihr Sparbuch und das Girokonto oder ihr Kopfkissen besparen, die rechnen dann mit einer durchschnittlichen Rendite im Jahr von 9,2%. Also mehr als historisch der Aktienmarkt hergibt. Das heißt, hier klafft noch eine gewisse Wissenslücke, die wir versuchen zu stopfen. Aber ich bin ja ganz optimistisch. Strom wurde auch nicht an einem Tag gebaut und wir machen einfach weiter. So, dann nochmal kurz zurück zur Sparplan-Offensive. Die Konsorsbank unterstützte mich und meine beiden Kollegen, Homo Ökonomikus und Talabox, zwei YouTuber, so wie ich, in dem Vorhaben hier, die Deutschen ein bisschen zur Aktie zu führen, entweder über Direktinvestments oder auch gerne über ETFs, jeden Designer. Und die Konsorsbank hat uns drei auch gesponsert, finanziell. Das heißt, das, was wir hier investieren, 3.000 Euro stehen zur Verfügung über Sparpläne. Das kommt von der Konsorsbank. Vielen Dank an dieser Stelle. Und wir geben auch ein bisschen was zurück. Oder ich, mein Name übrigens, Thorsten Tiet. Und ich bin nicht nur YouTuber, das mache ich eigentlich nur nebenbei. Hauptsächlich bin ich Betreiber der Seite aktienfinder.net. Die hier im Aktien-Screener siehst du dann gleich noch hier in Action, wo es eben um die Analyse, Fundamentalanalyse in erster Linie von Aktien geht, um herauszufinden, ob es sich bei diesen Aktien um ein folgversprechendes Investment handelt. Du also von steigenden Kursen und steigenden Dividenden langfristig ausgehen darfst oder eben nicht. Gut, hier nochmal, um dir was Gutes zu tun, das Startup-Paket, falls du dein Geld noch unter dem Kopf gegessen hast, mit einer Renditeerwartung von 9,3% oder so, senkt die Renditeerwartung ein bisschen vielleicht auf 7% und hol dir noch das Startup-Paket. Da gibt es eine kostenlose Vollmitgliedschaft im Aktienfinder und einen Online-Broker deiner Wahl. Und dann hast du zwar die Renditeerwartung etwas gesenkt, dafür ist es deutlich realistischer geworden als zuvor. So, dann würde ich aber mal sagen, let's go to Sixt. Ich habe das Ganze hier auch schon als Blogartikel, allerdings noch nicht veröffentlicht. Kannst du dann auch nochmal nachlesen. Den ziehe ich mir jetzt hier mal nach unten, weil das kann sein, dass ich da ab und zu mal spiegeln muss. Wenn es hier um einzelne Zahlen geht. Und dann fehlt noch der Disclaimer, bevor wir loslegen können. Mit Aktien kann man Geld verlieren, ebenso wie wenn man das Geld ins Kopfkissen steckt. Du kannst auch das Kopfkissen verlieren, dann ist auch das Geld weg. Ich habe keine Glaskugel, darfst mich auch nicht fragen, wo du dein Kopfkissen gelassen hast und ich gebe keine Kaufempfehlung ab. So, also los zu Sixt. Sixt, was du hier siehst, das ist die Merkzettel oder Watchlist auf Neudeutsch. Das siehst du hier. Die ganzen Unternehmen, mit denen wir uns schon beschäftigt haben und die bis auf Sixt alle durchgefallen sind. Sixt gibt es zweimal, da kommen wir noch drauf, was die Unterschiede sind. Einmal Stamm und Vorzug. Und bevor wir jetzt aber zu den Aktien gehen, oder zur Fundamentalanalyse, erstmal, was macht Sixt überhaupt? Ich denke, jedem von euch ist Sixt so ein bisschen als Marke schon bekannt im Rahmen der Autovermietung. Jeder, der schon mal in ein Flugzeug gestiegen ist, der hat das bestimmt schon gesehen, so ein Sixt-Stand am Flughafen. Also, die machen Autovermietung zum einen, das ist ein Segment oder ein Unternehmensbereich von Sixt und der zweite Unternehmensbereich ist das Autoleasing. Die Autovermietung ist wichtiger für Sixt. Das ist im Jahr 2018, also im letzten Geschäftsjahr, den habe ich genommen, da habe ich viel gelesen, mehr oder weniger gelesen, aber ich habe was gelesen. Da haben sie 73% des Umsatzes mitgemacht mit Autovermietung und den Rest 27% über Autoleasing. Und Autovermietung, da haben die einen Marktanteil in Deutschland von rund 30%. Was gibt es noch? Eurocar ist, glaube ich, der zweite große und alle anderen wahrscheinlich unter Fernaliefen. Also die Farben Orange für Sixt und Grün für Eurocar und alles andere irgendwie so ein Mischmaschgrau. Und Autos vermietet Sixt nicht nur in Deutschland, sondern auch in insgesamt 110 anderen Ländern. Entweder über Tochtergesellschaften oder, wenn sie nicht direkt vertreten sind über Tochtergesellschaften, dann machen sie das über Franchising oder andere Kooperationsverträge. Und sie machen nicht nur die Autovermietung, sie versuchen so einen Komplettservice zu machen, damit du immer schön zufrieden bist, weil vielleicht ist ein Automieten für dich nicht das Richtige. Vielleicht willst du auch Carsharing machen oder so einen Taxidienst, also so eine Art Chauffeur eben haben. Das heißt ein Hailride auf Neudeutsch, habe ich auch noch nicht gewusst, habe ich ja auch gelernt. Und das andere Segment, das ist eben Autoleasing. Das kannst du als Privatperson machen, kannst du dir über Wochenende ein Auto leasen oder mieten. Na, übers Wochenende wahrscheinlich nicht, weil das Leasen wird längerfristig sein. Aber du kannst als Privatperson ein Auto mieten, du kannst aber auch als Vorstand einer AG hingehen und sagen, für dein 100.000-Mann-Unternehmen willst du den ganzen Fuhrpark leasen. Das geht auch. Und sie machen auch Flotmanagement, weil wenn Sixt verwaltet ja sehr viele Autos. Und sogar wenn du nicht bei Sixt ein Auto geleased hast, wenn du vielleicht selbst die Autos gekauft hast, kannst du trotzdem Sixt in Anspruch nehmen für das Flotmanagement. Dann kümmern die sich um die Wartung, um was noch, wahrscheinlich TÜV und solche Sachen. Und Versicherungen, alles Mögliche, Reparaturen, was halt alles so anfallen kann, wenn man halt so einen Fuhrpark managen muss, verwalten muss. Gut, also das ungefähr zu dem, was Sixt macht. Die haben auch hier eine schöne Webseite, da kannst du ja nochmal reingehen. Da werden wir dann auch gleich nochmal uns näher mit beschäftigen. Und wenn du jetzt im Web oder auf irgendeiner Finanzseite unterwegs bist, um dir Sixt ein bisschen näher anzugucken, dann wirst du relativ schnell feststellen, dass es mehrere Sixt-Aktien gibt. Es gibt insgesamt vier Sixt-Aktien, also vier deutsche Sixt-Aktien von irgendwelchen ausländischen ADR oder so irgendwas mal abgesehen. Also es gibt vier. Es gibt die Stamm- und die Vorzugsaktie. Dann gibt es für das Leasing-Segment, das ist in einer Tochtergesellschaft ausgelagert worden, die ebenfalls börsennotiert ist. Also es gibt dann noch die Sixt-Leasing AG oder Sixt-Leasing SE, das weiß ich jetzt gerade nicht. Auf jeden Fall gibt es die auch. Und dann gibt es nochmal eine vierte Sixt-Aktie, die aber faktisch keine Rolle spielt. Ich zeige dir das mal, wie du das einfach rauskriegst, weil das sind immer so die Stellen, wo dann viele Leute irgendwelche Hilferufe in sozialen Medien oder so abschießen mit, was soll ich denn tun, welche Aktie soll ich kaufen. Aber es ist einfach, sehr einfach selbst rauszukriegen. Gehst du einfach dann auf die Investor Relations hier und hast du hier immer in den Überschriften, hangelst dich kurz durch, dann siehst du hier schon Aktien, Basistaten. Und dann hast du hier schon die drei Aktien. Also ich habe gesagt, vier Aktien gibt es. Die Aktie, die du hier nicht siehst, das ist die Sixt-Leasing AG oder SE. Was du hier siehst, das sind die Konzernaktien quasi, also die Holding-Aktie, wenn du sie willst, was ganz oben drüber steht und was halt die ganzen Töchter unter sich hat als Beteiligung. Also seien es GmbHs oder die Sixt-Leasing, ich nenne es jetzt einmal AG. Du hast die Sixt-Stamm-Aktie, die Vorzugs-Aktie, dann gibt es nochmal eine Stamm-Aktie, aber von denen gibt es nur zwei. Also wenn du eine von den beiden hast, Glückwunsch, dann brauchst du das Video wahrscheinlich nicht weiter gucken. Wir beschäftigen uns mit den beiden oder die sind für Investoren relevant. Und wie es ja oft, die wesentlichen Unterschiede zwischen Stamm- und Vorzugs-Aktie treffen auch hierzu. Also Stamm-Aktie hat Stimmrecht, Vorzugs-Aktie hat kein Stimmrecht, Vorzugs-Aktie hat eine bisschen höhere Dividende, ist da bevorteilt als die Stamm-Aktie. Und das spielt für uns im Wesentlichen eine Rolle, die Dividende. Du wirst noch sehen, dass der Kurs, oder du wirst sehen, dass die Dividendenrendite der Vorzugs-Aktie deutlich höher ist, also die Dividendenrendite der Stamm-Aktie. Und deshalb im Regelfall die Vorzugs-Aktie für uns interessanter ist. Das heißt, wir werden dann auch die Vorzugs-Aktie uns im Detail anschauen. Wobei für einen großen Teil der Fundamentalanalyse macht es überhaupt keinen Unterschied, ob wir die Aktie angucken oder die Aktie, weil es handelt sich ja um dasselbe Unternehmen. Wenn wir aber in die Bewertung reingehen, also wie günstig ist die Aktie, was kriege ich, was habe ich für eine Rendite zu erwarten über Dividende oder über Kursgewinne, dann macht es einen Unterschied, welche von den beiden Aktien ich analysiere. Und dann analysieren wir die hier, die Vorzugs-Aktie. Und ja, wie gesagt, der Kurs ist deutlich niedriger und in der ersten Linie deshalb kommt eine höhere Dividendenrendite zustande. Siehst du auch jetzt gleich hier, jetzt in meinem Aktienfinder, da siehst du, die Stamm-Aktie kostet 88 Euro ungefähr und die Vorzugs-Aktie etwas weniger als 62 Euro. Also schon ein deutlicher Unterschied. Die Dividende ist aber fast gleich hoch bei beiden. Ich blende die Spalte mal ein, die habe ich normalerweise nicht eingeblendet. Die Stamm-Aktie 2,15 und die Vorzugs-Aktie kriegst du 2,17 Dividende, also 2 Cent Unterschied. Das ist nicht viel, aber hier der Preisunterschied, der macht halt den, der Preisunterschied macht den Unterschied, also erhöht die Dividendenrendite bei der Vorzugs-Aktie gegenüber der Stamm-Aktie. Und das heißt, für die Stamm-Aktie kriegst du knapp 2,5% Dividendenrendite, für die Vorzugs-Aktie etwas über 3,5% Dividendenrendite, also 1% nochmal drauf. Deshalb ist die Vorzugs-Aktie deutlich interessanter. Das siehst du auch hier dann im Dividenden-Benchmark. Den nehmen wir normalerweise immer am Ende, aber ich habe den mir gerade angeguckt, dann nehmen wir den gleich. Hier wird dann prognostiziert das Dividenden-Wachstum. Also stell dir vor, du kaufst jetzt die Aktie, kaufst jetzt hier einmal die Stamm-Aktie und einmal die Vorzugs-Aktie, jeweils eine. Und dann hast du Stand, also zum 31.12.2019, hast du eine Dividendenrendite eben von den 2,5% bzw. 3,7%. Und dann siehst du hier die Erwartung, wie sich dann deine persönliche Dividenden-Rendite entwickeln wird. Und du siehst, die Vorzugs-Aktie hat immer ein bisschen höhere Dividenden-Rendite und das hört nie auf als die Stamm-Aktie. Deshalb, wie gesagt, ist die für uns interessanter, die Vorzugs-Aktie. Gut, dann schauen wir doch mal, ob SIX ein erfolgversprechendes Investment ist. Und ein erfolgversprechendes Investment ist eine Aktie dann, wenn das Unternehmen langfristig seine Gewinne steigern kann. Ansonsten ist genau das Gegenteil der Fall. Und da schauen wir jetzt erstmal die Umsätze und die Brutomargen, also die Brutomarge, das ist die Rohmarge, operative Marge ist das hier, die Brutomarge an. Und dann sehen wir hier doch schon, dass wir eine Phase der Stagnation, sage ich mal, hatten bis ungefähr 2013, von 2007 bis 2013. Und dann links aufwärts und es soll laut Analysenschätzung weiterhin aufwärts gehen. 2008, 2009, 2010, was war da? Stichwort Finanzkrise. Und das sehen wir dann auch hier im Gewinn und auch bei den Dividenden. Du siehst hier den Einschlag der Finanzkrise in 2008 und 2009. Das ist auch schon mal wieder eine Erkenntnis, wir sind nach wie vor in der Autobranche tätig, auch wenn es hier ein Dienstleister ist. Und auch hier sehen wir, dass Sixt sich nicht abkoppeln konnte vom Konjunkturzyklus. Ist auch irgendwo klar, weil Autovermietung hat auch was mit der Reisetätigkeit zum Beispiel zu tun, das heißt Geschäftsreisen oder Tourismus. Und in der Krise wird dann weniger ins Flugzeug gestiegen, weniger gereist und dann gehen auch die Umsätze zurück. Sicherlich auch bricht das Leasinggeschäft ein. Das heißt, da werden dann Neuwagen vielleicht weniger geleist und so weiter, als es in guten Zeiten der Fall ist. Insofern, ja, wir haben auch hier ein konjunktursensibles Geschäft. Was du noch hier siehst, also du siehst Gewinne, Dividenden, Cashflows machen hier wenig Sinn. Genauso wenig wie bei Banken, Versicherungen und teilweise auch eigentlich bei den Autobauern. Immer wenn viel mit Leasing, Finanzierungsgeschäft und so weiter eine Rolle spielt beim Unternehmen, dann ist der Cashflow sehr mit Vorsicht zu genießen. Deshalb machen wir ihn weg. Wir konzentrieren uns hier auf den bilanzierten Gewinn und selbstverständlich auf die Dividende. Ja, also du siehst dann, hier hatten wir eine Dividendenkürzung im Rahmen der Finanzkrise auch. Danach geht es aufwärts. Du siehst hier hell und dunkelblau. Hellblau ist die Sonderdividende. Es gab immer mal wieder Sonderdividenden hier. Eine ganz fette Sonderdividende. 2018. Und zwar 2,95 Euro für die normale Dividende. Also 4 Euro gab es da Dividende. Kann sein, dass Sixt da auch nochmal an Popularität gewonnen hat. Ganz sicher sogar. Da werde ich dir auch noch was Interessantes zeigen. Ja, da ist DriveNow verkauft worden. Das war ein Joint Venture mit BMW, in dem es um Carsharing geht. Und das ist verkauft worden. Und dann hat das Geld in die Kassen gespült. Und das wurde in Form einer Sonderdividende an die Aktionäre ausgeschüttet. Hat auch den bilanzierten Gewinn erhöht. Ich habe den hier bereinigt. Deshalb hier auch dieses Ausrufezeichen. Ansonsten hätte es da jetzt hier so einen Sprung nach oben. Den sieht man dann, glaube ich, auch bei der Nettomarsche. Siehst du dann hier auch den Sprung nach oben. Bei der operativen Marsche noch nicht. Gut, also du siehst hier erstmal, auch wenn wir hier den Einschlag haben, prinzipiell kann man schon sagen, wenn du da langfristig dabei gewesen wärst, solltest du schon von den steigenden Gewinnen profitieren können. In Form von steigenden Kursen und Dividenden. Dividenden siehst du hier. Die Kurse siehst du auch gleich. Und zwar, wenn wir hier in die Bewertung reingehen. Und ich denke, das machen wir jetzt als nächstes. Und dann müssen wir aber hier erstmal gucken. Genau, das kommt noch mal weg. Welches jetzt die beste Bewertung ist. Also die beste Bewertungsgrundlage. Was wir jetzt uns angeschaut haben, das war SIX, was das Unternehmen überhaupt macht. Dann haben wir jetzt die Umsatz- und Gewinnentwicklung angeguckt. Und gesehen, dass SIX zwar konjunkturanfällig ist. Siehst du ja auch hier nochmal den Einstand der Finanzkrise auf der einen Seite. Auf der anderen Seite aber, dass wir durchaus schon langfristig steigende Unternehmensgewinne haben. Und auch Dividenden soweit. Blendst du hier nochmal an die Dividenden, dann siehst du das ja. Und jetzt wollen wir wissen, ob die SIX-Tfortz... Ach, Stammaktie. Beinahe hätte ich einen Fehler gemacht. Warum hat mir das keiner gesagt? Wir brauchen natürlich die Vorzugsaktie. So, hier ist sie. Und das hätte jetzt bei der Dividendenrendite einen Unterschied gemacht. Stimmt. Gehen wir erstmal noch in den Dividendenturbo. Jetzt haben wir die richtige Aktie ausgewählt. Vorher war alles egal, ob wir die Stammaktie oder die Vorzugsaktie angucken. Und hier siehst du nochmal schön die einzelnen Dividendenzahlungen. Immer auf die letzten zwölf Monate siehst du hier die Sonderdividende. Momentan kriegen wir ungefähr 3,5% Dividendenrendite. Und jetzt ist die Frage, sind jetzt also im Bereich der Bewertung, ist die Aktie günstiger oder teuer? Und viele Aktionäre machen das an der Dividendenrendite fest. Wir tun auch mal so, als ob wir daran glauben würden. Und gucken jetzt einfach, ist die Dividendenrendite, die aktuell im historischen Vergleich, hoch oder niedrig? Und da sehen wir doch einfach mal schon, wenn wir uns hier eine Gerade vorstellen, dass es eher im unteren Bereich zu sein scheint. Langfristig gesehen von 2011 bis 2013, da gab es deutlich mehr als über 6% Dividendenrendite, da hättest du mit einsteigen können. Natürlich hier die Sonderdividende, die die Dividendenrendite nach oben getrieben hat, hier auch auf über 6%. Ab und zu gab es auch Einstiege mit unter 3% und jetzt eben hier 3,5%. Also eher im unteren Bereich langfristig gesehen. Besser ist es aber die Bewertung zu machen anhand, oder basierend auf dem Gewinn, weil der Gewinn ja die Dividende finanziert, die Dividende nicht im luftleeren Raum existiert. Deshalb machen wir jetzt hier eine kleine Bewertung, eben basierend auf dem Gewinn. Da müssen wir erstmal hier den richtigen Zeitraum auswählen, der charakteristisch ist für das heutige Unternehmen, damit wir keine unsinnige Bewertung machen. Und ich schaue gerade schon, hier sind die einzelnen KGVs. Du siehst ja schon hier, die KGV sind hier zweistellig. Hier waren sie noch einstellig. Und was du auch siehst, ist hier das Umsatzwachstum, das habe ich auch hier, das Gewinnwachstum, Entschuldigung, das habe ich auch hier abgebildet. Du siehst, dass es hier nochmal nach unten ging. Und zweistellig wächst es dann ab 2015, 2013. Deshalb würde ich auch hier mal in den Zeiten, ab dem Zeitpunkt, an dem das Geschäft wirklich angefangen hat zu brummen, den würde ich nehmen und für die Bewertung mal heranziehen. Dann kommen wir hier auf den KGV von 11,5. Wenn ich es noch ein bisschen kürzen würde, den Zeitraum, dann wird es jetzt immer höher werden, das KGV. Hier, jetzt wäre es 12,2. Nehmen wir mal das, okay. Also das ist jetzt schon wirklich Sixt-Unternehmen, das gut läuft. Das ist ja der Zeitabschnitt. Und warum spielt das jetzt eine Rolle, dieses Multiple? Weil wir das nehmen und auf den aktuellen Gewinn anwenden und auf den prognostizierten und dann kriegen wir eben den fairen Wert raus von Sixt und können wir gucken, ob die Aktie überall ungewertet war bzw. ist, so rum. Und hier siehst du mal den Aktienkurs und du siehst, dass der Aktienkurs hier ein bisschen rumgedümpelt ist. Aber im Prinzip, wenn du hier investiert hättest, Ende 2012 bis heute, hättest du aufs Jahr eine Rendite gemacht von 17%. Das ist mehr, als du kriegst, wenn du dein Geld unter das Kopfkissen legst, weil da kriegst du nur 9,5. Also fast doppelt so viel wie ein Kopfkissen. Das ist schon mal nicht schlecht. Und insofern, alles gut. Und jetzt gucken wir uns mal den fairen Wert an, passierend auf dem Gewinn. Wir legen den drüber über den Kurs und dann sehen wir hier diese Linie. Und immer wenn der Kurs, das ist also diese schwarze Linie, über dem berechneten fairen Wert liegt, also dieser grünen Linie, dann war die oder ist die Aktie überbewertet und wenn sie hier unten ist, dann war sie unterbewertet. Und du siehst, dass wir relativ viele Überbewertungen haben hier. Allerdings kommt der Aktienkurs, hier kam der Aktienkurs dann wieder zurück. Ich stelle mal ein bisschen näher ran. Noch näher, wieder zurück, damit du das ganze Pracht hier siehst. Hier haben wir die Phase der Überbewertung und dann ging es hier wieder zum fairen Wert. Dann haben wir Überbewertung, Unterbewertung, wieder leichte Überbewertung. Und momentan, das ist eigentlich so das Entscheidende, sind wir relativ nah am fairen Wert, der fairen Wert basierend auf dem laufenden Geschäft, das ist jetzt eine Schätzung, der ist bei 59 Euro und der Kurs liegt bei 61,60, also fast das Gleiche. Wir können dann auch einen fairen Wert basierend auf der Dividende einblenden. Dann haben wir hier erstmal so einen Sprung nach oben. Und warum? Ja klar, weil das ist die Sonderdividende hier, wie du siehst, dieses hellblaue, das ist der einmalige Effekt. Der sollte dich nicht verwirren, einfach, also den fairen Wert kann man nicht nehmen, aber man kann wieder hier die fairen Werte hier nehmen. Dazu kommen wir mal ein bisschen näher ran. Den fairen Wert basierend auf der Dividende, das laufende Geschäft, zwar wäre bei knapp 56 Euro, also auch etwas niedriger als der fairen Wert, wir sind auf dem Gewinn, aber immer noch relativ nah an den 61,60 Euro. Also der fairen Wert liegt, der Aktienkurs liegt ganz nah über den beiden fairen Werten drüber. Das könntest du dir jetzt sagen, die Aktie ist leicht überbewertet, aber durchaus, also wirklich leicht und nicht dramatisch. Und schon im nächsten Geschäftsjahr wäre die Aktie dann leicht unterbewertet, weil ja der Gewinn steigen soll. Von Sixt wäre die Aktie dann knapp 65 Euro fair bewertet, also unterbewertet, basierend auf dem heutigen Kurs. Was du hier auch noch siehst und das finde ich super interessant, das ist, es gab ja hier die Dividende, da machen wir nur den fairen Wert Dividende hier rein und da siehst du, dass der Aktienkurs jedoch ziemlich stark angezogen ist und dass er seinen Höhepunkt erreicht hat im Mai und es ist meines Erachtens kein Zufall, da haben nämlich, denke ich, noch einige Aktionäre gedacht, die wollen die Sonderdividende unbedingt sich sichern und haben deshalb Aktien gekauft, um eben an die hohe Dividende zu kommen. Und jetzt frage ich dich, ist es eine gute Idee, wenn du eine Aktie kaufst, weil sie eine hohe Sonderdividende ausschütten wird und damit du diese Dividende bekommst, oder ist es keine gute Idee? Und ich halte es im Regelfall für keine gute Idee und du siehst jetzt hier auch schön, warum. Also erstens, es macht eine hohe Dividende das Unternehmen nicht wertvoller. Wir haben ja gesehen, hier das, was verkauft worden ist, nämlich DriveNow und dieser Verkauf war im Prinzip ein aktiv tauschender Bilanz. Also das Unternehmen hat Unternehmensanteile eingetauscht gegen Geld, in dem es einen Teil des Unternehmens verkauft hat, nämlich seinen Anteil am Joint Venture mit BMW, hat dann dafür Geld bekommen. Das macht das Unternehmen jetzt erstmal an sich nicht wertvoller. Also Sixt hat bloß Unternehmensanteile gegen Geld getauscht. Und hier zurück. Das Unternehmen ist also an sich nicht wertvoller geworden, lag halt nur mehr Geld rum. Dann hat Sixt gesagt, okay, das schütten wir jetzt aus an die Aktionäre. Und die Aktionäre haben jetzt aber so getan, als ob das Unternehmen wertvoller geworden wäre, weil sie haben alle dann die Sixt-Aktie gekauft, nicht alle, aber es haben genügend Leute die Sixt-Aktie gekauft, sodass der Aktienkurs eben gestiegen ist. Und nachdem dann die Sonderdividende, dieser rasch dann weg war auf die Aktien wegen der Sonderdividende, ist was passiert? Der Aktienkurs ist wieder zurückgegangen. Hier siehst du dann, der ist dann bis auf unter 50 Euro gefallen, der Aktienkurs von über 70. Gut, ist dann wieder etwas gestiegen, aber in Summe nach wie vor sind wir deutlich unter diesem, ich nenne es mal Sonderdividenden-Hype. Jetzt haben wir ja einen Aktienkurs von 61,60 und damals lag der Aktienkurs über 70 Euro. Das heißt, du hast dann hier im jährlichen Schnitt trotz der Sonderdividende aufs Jahr mies gemacht, 6,1%. Und das ist aus meiner Sicht auch ein wichtiges Learning und sowas betrifft nicht nur Sixt, also ein Unternehmen hätte nicht deshalb mehr Wert, nur weil es jetzt eine hohe Dividende ausschüttet und es ist egal, ob es sich um eine Sonderdividende handelt oder ob es sich um eine reguläre Dividende handelt. Und es ist auch ein Kritikpunkt von den Dividenden-Gegnern, die dann immer sagen, linke Tasche, rechte Tasche, eine hohe Dividende ist einfach nur sozusagen Blendwerk. Die Dividende muss immer finanziert sein oder sollte finanziert sein über langfristig steigende Gewinne, dann ist die Dividende gut. Wenn es hier so ein Einmalding ist, dann ist es keine Berechtigung, hier den Aktienkurs in die Höhe zu treiben. So, also so viel eigentlich zu Sixt. Jetzt muss ich mir noch überlegen, wollte ich noch was sagen. Wir haben jetzt die Bewertung gemacht. Wir haben uns diesen Hype angeschaut im Rahmen der Sonderdividende. Ja, ich denke, das war es eigentlich schon. Also ich möchte euch jetzt abstimmen lassen, welche Autoaktie beziehungsweise ob wir eine Autoaktie haben wollen. besparen wollen über einen Sparplan. Und zwar würde ich sagen, entweder Dürr oder eben Sixt oder eben weiterhin hier keine Automobilaktie. So, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.